Was in dieser Folge geschehen wird? Gehen wir ja nur drei jetzt. Oh, da ist der Smoke! Ich stirren darf! Einfach die... Okay, es ist Zeit, Alter. Jetzt werde ich's zum Nikolaus halten. Jungs wünschen mir Glück. Ey, ohne Witz, wir machen die auseinander. Ich hab in zwei reingestoßen. Zwei haben nix. Alle müssen nix mit haben. Ja, aber wenn Crimepaste da so... Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Jungs, schild jetzt mal. Monster, 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 Monster hart! Was? Komm bis hier. Schade. Gebe ich ihm 48 und 3 an. Gut. Ich bin onset. Echt okay, wo der steht, Alter. Einer steht short water. Er kommt, er kommt. Schön, Speck. Gut, 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 gut. Jungs, wenn der doch lang sagt, dann konzentriert er sich. Ja, aber der ist halt angeflasht. Nice, das war der von kurz. Foresight. Der Monster steht. Nice. War der von A lang. Auf einer short. Monster kommt, ich seh ihn nicht richtig. Wegen scheiß, äh, Ding. Einer short, einer kommt lang. Der lang hat, glaub, low. Harf ist viel. Einer slide. Ja, ich werd halt so hart gepredet. Das ist halt normal, wenn der mich halt schon sieht. Kurz. Wie kann man denn so fokussend rumlaufen, Mann? So fokussend pre-fire. Kurz auf. Kurz, kurz. Schön, good job. Ah, mal wieder ist da ein Schuss. Äh, 54 in 3. Ja, die sind low eigentlich. 54 in 3. Ich schieße mit AWP. Ich schieße mit AWP. Einer dort. Weg, kurz noch einer. Er kommt einfach! B-Water, letzter, B-Water. Wie kann man denn so spielen? Der ist close link. Junge! Ha! Mann! Oh, da ist der Smoke! Ich schieße ihn da auf. Mann! Ich raste komplett aus, Junge. Ich raste noch komplett aus mit denen, Alter. Lass mal B-Splitten. Jungs, soll ich schieben, oder was? Immer noch Wasser. Warte, Trick, kurz. Und Heaven. Heaven unter dem Boden. Letzter Heaven. Letzter Heaven. Low. Tracks ist sehr... 96 in 8. Ja, ich war zu 5 Sekunden full, Digger. Ich dachte, ich wäre schon tot. Und dann war ich da. Shred. Passiert, Digger, passiert. Ich werde dir jetzt so hops nehmen. Ich werde dich so hops nehmen, Digger. Jungs, wo habe ich überhaupt meine Wasserflasche hingeboxt? Ich habe meine Mc10 noch gar nicht eingefordert. Digger, bitte mute. Habt ihr B? Ja. Er ist Connector. Ey, ey, Jungs, bitte geht nicht down an dem. Bitte nicht. Ich lege komplett offen. Vor allem, er hat jetzt eine P90, ne? Ja, ja, ja. Bitte. Ja, ist immer noch dran. Bitte geht da weg. Oh, no, no. Okay, schön. Gutes Liegen, Mc10s. Wo, wo, wo ist hier was? Links, links. Ey, ohne Scheiß, Mann. Ich nehme gleich irgendwas auseinander, Mann. Heaven. Inkommen immer noch. Ich nehme Water noch. Ich habe einen, ich habe einen, aber ich weiß nicht wo der andere ist. Ich glaube echt Water oder so. Der ist Water. Einer T-Stars. Und einer Truck. Einer Truck. Und T-Stars. Er zieht den Default. Er zieht den Default. Er zieht den Default. Guck mal, er gibt... Guck mal, er gibt... Ich bin der krasseste Spieler. Ey, aber ich bin, ich bin immer noch blind. Aber ich weiß, wann er down ist und ziehe damit mein Crosser in die andere Richtung. Durch, durch den Spot auf mein Mate auf kurz. Ja, alles klar. Nein, wir sind, äh... Wir haben das Spiel studiert. Alter. Und T-Stars. Er zieht den Default. Guck mal, ey, gib... Ey, ohne Scheiß, ich box gleich irgendwas zusammen, Mann. Das kannst du wieder keinem erzählen. Er ist full flasht. Killt mich. Tritt sich dann durch die fucking Wall to my Mate. Durch den scheiß Container. Kommen die Treuers. Ja. Full flasht. Onside. Alles klar. Ja, ich sehe nichts. Einer verschiebt ihn noch hoch. Geht nichts dran. Guck mal, Link. Ja, was... Was der Typ... Ja, aber... Wieso kommt denn eigentlich jetzt keiner kommen? Es ist doch sicherlich. Es ist richtig geil. Schon wieder 87 in 3. Das ist, glaube ich, das achtzigste Mal. Na komm, da geht nix rein. Nix geht da rein. Das ist... Wieder so ein Japan Weep, Alter. Nix geht rein in diese japanischen Glows, Alter. Die schieben schon nach A. Toilets, 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 Toilets. Ja. Den glaube ich. Einer default backside. Lass B gehen wieder. Ja, ich komme nicht weiter durch. Schade. Noch einer Klaus lang. Hehehe. Alle Tilt. Geil. Ah. Schön. Wollen wir jetzt weggehen? Wollen wir jetzt zu dir gehen? Geil, geil, geil. Ey, ich muss sagen. Ey, Drift Shop ist richtig geil, wenn der Tilt ist. Ich liebe das. Jaach, was ist denn das für... Das ist ja wirklich der größte Punkt, was der da jede Runde macht. Was macht denn der da? Ja. Okay, nicht mal die Smog kann ich, irre. Blend für Bank. Was macht denn der da, Alter? Das kannst du wieder keinem erzählen. Der ist big, kurz. Er ist auf B. Ja, gross. Du kannst 84 in 3. Nur in 3, nur in 3. Ja, jede Runde. Wie kann ich eigentlich 130 wieder? Ja, halt. Das macht das, Digger. 54 und 3 mit AWP Jungs, das drücke ich mir aus, dann hängst du mir übers Bett. Geht mal einfach ein Monster durch jetzt, YOLO. YOLO? Ja. Wieder ein 3. Flash ABC, einfach flennen. Kurz, kurz. Habt ihr kurz? Ja. Aber ABC ist halt noch. Muss mal ein bisschen laufen, alter. Für mich grad wie so ein Coach, die laufen doch auch mal so hin und her. So, auf geht's uns. Ah, nicht mit mir. Nee, oder? Hast du noch passiert? Du willst es aber auch. Als ob du noch kassiert hast, alter. Okay, ey, Bro. Wer tilt? Go and fire! Einer ist A gepusht. Wie kannst du nicht blicken? Nein, du Schnuck! Jungs, was passiert denn da, alter? Ich verstehe das gar nicht. Alles, alles Gucci. Oh mein Gott, ich würd Klitschko auseinander nehmen mit einem Punch, alter. Wie bin ich denn? Gut gestorben. Null Sinn, das Spiel, man. Ja, es ist weiter B. Ich ziehe eine Millisekunde nach dem Pop um, als ob der sich 180 Grad dreht. Die Flash einmal nach rechts schon, bitte. Flash Monster. Noch einer. Was macht der? Hinterseite default. Ja, okay. Er zerstört doch auf jeden. Ja, okay. So. Junge, ist das wirklich cool? Zerrer! Und wir sind Bruch, wir müssen ins B-Rush. Oh, er spielt schon seit diesem Jahr Counter-Strike. Unlucky. Geh doch down, Mann. Habe ich aber auch nicht vertreten in diesem Spiel, weil ich hab sehr schlecht nicht vertreten. Ich hab leider die 40er nicht mehr gemacht. Die geilste Szene war, die geilste Szene war, ohne Scheiß, auf A, der Typ, so full, so full war, ich hab perfekt, guck mal, ich flash hinter mich, flash oben drüber, er war so full. Er fängt perfekt an zu sprayen, wenn ich um die Ecke komme, drrrr, ich bin down, er guckt immer noch so, drrrr, in dem Moment, wo ich down bin, genau in dem Tick, wo ich down bin, er wusste, er zieht rüber durch den Container und aimt schon Richtung kurz, wo meine Mates kommen. Alles klar. Full flashed. Guckt euch das jetzt an. Auf den Typen achten, okay? Guck mal, wie das steht. Der erste Schuss. Warum schießt er nicht, wenn er direkt geflasht ist? Nein, nein, nein. Er ist immer noch full. Und dreht sich direkt durch den Container. Das juckt dir nicht. Das juckt ihn nicht. Guck. Guck dir mal drei jetzt. Du Wuren, so hinter dem PC. Drück. Guck. 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 Guck.